So jetzt holt euch den Panzer Okay, geladen Er dreht gleich den Turm Rechts, 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 rechts 3, 5, 7, 3, 5, 7 Weiter, 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 stopp Nicht vor der Pakt Ich ping nochmal den Tanker Okay, Randa Männer, Randa Männer Auf ping, auf ping 3, 0, 9, 3, 0, 9 Das liegt jetzt höher Achtung Ich schieße die Lecker an Nach rechts drehen Schutze, nach rechts drehen Ladeschutze Ja, sehr schön Nachladen Weiter dranbleiben, weiter dranbleiben Sehr schöner Treffer, ein Panzer zerstört Ein Sherman zerstört Ja, der ist dann weiter nach links drehen Auf 2, 7, 4 drehen Okay Leute, ping den Panzer, der da schwimmt Ja, hab ich, ping ihn gerade schon Okay, stopp Weg vor der Pakt Weg vor der Pakt Auf ping, Treffer, Treffer, Treffer Ich hab aus meinem Garten Marke da vorne irgendwo da Ja, der Push vorwärts Der Push vorwärts Er ist wieder den Mauern Da siehst du das mit Kranfeiern Ja, sehr gut, sehr gut, du triffst Triffst, du triffst, du triffst Jetzt noch mal, noch mal eine Komm, gib ihm eine tolle Packung Nein, du hast dich rausgetroffen Anbleiben Er ist schwer beschädigt Wie viel hält der denn aus? Komm mal, das gibt alles Das wird der Jumbo sein Einfach draufhalten, Alter Einfach draufhalten Einfach draufhalten Einfach draufhalten Einfach draufhalten Ein Stück nach oben adjusten Ein Stück nach oben adjusten Vielleicht was für den Tod dann Geht leider gar nicht Ich hab einfach nur blind durch den Busch geschossen Alles gut Hast du ihn durchgehend getroffen Aber war die Frontpanzer So So, jetzt hole ich den Panzer Okay, geladen Er dreht gleich den Turm Er dreht gleich den Turm Rechts, 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 rechts 3, 5, 7, 3, 5, 7 Weiter, weiter, weiter Stopp Nicht vor der Pack Oh Gott Einfach jetzt voll drauf Ja, sehr gut Sehr gut Sehr gut Komm Leute, alles geben jetzt Sehr gut Panzer zerstört Oh, schuldig Gute Schuss Sehr schön Wir versuchen gerade aufzurücken Fort Able geht massiv auf Angriff jetzt Post Leute, Vereilung Feind Garnison ausgescheidet Er hat die Garnison ausgehebelt Alles klar wir pushen Ja, ausgeschaltet Ich war bitte drauf Die hinteren haben ja auch die 5-2 erwischt Wollte jetzt wirklich sein Wir haben zwei Garnison ausgeschaltet Versucht jetzt mit mir zu pushen Kann schon so gar nicht mehr anstecken Und rein da Los Männer Granate fliegt nach rechts Pushe Nein, nein Ich bin in der Wasser Ach, schade Ich hab ihn los Bestätige Eigentlich ist Supply-Send runtergekommen auf Dock & Tecna, gell? Ja, ich zerstör, ich zerstör Feinde noch auf Richtung Süden Ja, Achtung Nördlicher Garnison von Reaver Battery wird entfernt In der Riege Wir sind hier Gar nicht auf dem Stolz Gar nicht weg Feind Preisszentrum Wir sind die gar nicht verloren Ja, ich bin zurück Ja, ich bin zurück Außenposte steht Die Gegner kommen von den Dornen Bestätigen Wollte ja eine Garnison auf Reaver stellen Keine Supply Wir brauchen Supply Mache, äh Gib mir Ja, ich bin vier bis zum Kurs unterwegs zu Jo, 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 jo Verstanden Einmal hoch Der andere ist Ja, in der andere Richtung Beide Ja, die kommen auch über die Brücke Ja, die kommen auch über die Brücke Jo, wir stehen hier Feinde kommen aus 16 Ja, das steht Kommt jetzt über Belt Street rüber Ja Ja Fertig machen zur Verteidigung Fertig machen zur Verteidigung Jawohl Jawohl Endlich der Verteidigung Panzer geplatzt auf F4 Hervorragend Augen noch offen halten Ebel Baker Ebel Baker Können Sie ja da Fushi jetzt Vollgas Ja, wir versuchen es Ungefähr Erstmal Ja 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 Die fangen von Süden aus von uns ab. So, Johnny Boy, ich glaube wir können uns am nächsten ganz vorhauen. Die kommen über die kleine Brücke. Einen habe ich, den Fluss für euch. Andere Seite, andere Seite Süden, die kommen über die Brücke. Über die kleine Brücke. Die meisten Handgranaten. Kriegt er nicht nur einen Squad ins Hotcap geschoben? Ihr habt da vorne noch Supply-Sack-Fanery, oder? Aus den Hotcap geworfen, oder was? Gar nicht so ein Städt, ist aber nicht garantiert, dass ihr überlebt. Dranbleiben Männer, weiter halten, weiter halten. Volle Pulle vom Süden wieder. Sprech die mal direkt an. Ja, wieder. Sprech die mal direkt an. Ja, wieder. Sprech die mal direkt an. Ich bin ja auf Fort Baker zum Beispiel. Oh, aufpassen. Die habe ich schon. Die haben schon. Die haben schon. Die haben Fragen. Da eine Mikael nennen. Auf, auf Charlie. Auf Charlie-Wagen zu Westen. Sehr gute Arbeit mit der Munition. Die hat die anscheinend von einem Treiber in Sport. Aufgelang-Struck-Rust-Rust. Easy, hier. Schießt sogar, bei Tigrad auf. Oder ich nicht in zungs-Richtung. Kannst du Markieren, weil da habe ich nicht mehr von in der Bundeswehr. Nee, ich fuhre die Luftwärme. Sie haben keine Smoke mehr. Schau mal, die Mitte von der Karstie. Die pull-Pick war. Easy. Perfekt, Patrick. Patrick, ich höre uns, ja? Ja, eigentlich schon. Nichtsicher, nichtsicher, wir verlieren es wieder. Wir warten noch, wir warten noch. Wir brauchen hier mehr Mannstärke. Ja, wir brauchen bitte Leute hier im Kreis. Wir brauchen den 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 Kreis. Weiter halten. Sehr gute Arbeit Leute, sehr gute Arbeit. Weiter durchziehen. Bis zum Camp. Oh, das Tank, scheiße. Wieder verloren. Das ist ja ein Hin und Her. Wir haben hier noch immer einen Panzer. Ich hab mein Server aus dem Softcap geschitten. Wir haben da auch. Alle Deckung. Alle Deckung. Alle die Rügeplätze sind Deckung. Alle Kopf runter. Alle Kopf runter und hinlegen. Hier kommt Bomb Strike. Kopf runter und hinlegen. Verstand. Nichts auf meinen Jungs. Wir sollen sich hinlegen. Und es kommen noch zur Gleis runter jetzt. Macht euch bereit für den Bombing Run. Kommt nördlich von. Alles wirklich nur Bette. Wir werden mit denen in der Partie. Wir sterben jetzt. Oh, das ist kein Problem. Das scheitert verloren. Wir sind ohne Weg haben. Ja, das ist der Panzer, ne? Oh, guck mal. Alles schön verteilen. Bomb Run kommt jetzt. Kommt unter. Kommt, dass wir überleben. Kommt gleich. Kommt gleich. Kommt gleich. Ich hab grad ein Abenteuer. Eulen Produktion